Ibiza, die Kultinsel im Mittelmeer. Wir begeben uns auf die Reise durch das bezaubernde Ibiza und besuchen die authentischen Menschen, die das Magic Island so einzigartig machen. Exklusiv filmen wir hinter den Kulissen des Leo Theaters, besuchen geheimnisvolle Buchten und werfen einen Blick auf den Lifestyle der Reichen und Schönen der Insel. Mit dem Piratenboot Marco Polo auf Reise nach Atlantis und den sagenumwobenen Felsen Es Vedra. Wir stürzen uns ins aufregende Nachtleben und erleben die unermüdliche Feierstimmung auf der Partyinsel, die regelmäßig tausende von Urlaubern anlockt. Egal, ob auf der großen Bühne oder auf der kleinen. Doch wer denkt, Ibiza wäre einzig und allein nur eine Partymeile, der irrt sich gewaltig. Wir werfen einen Blick auf die reiche Kultur des Eilands, die Küche, die Mode, die Musik und die Menschen. In unserer Dokumentation über Ibiza. Mit umóstefeeding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.